Die Gemeinschaftssendung von DRS Musikwelle und SWR 4 Baden-Württemberg Wir sind zu Gast heute in Altnau im Festsee, das ist rappelvoll, Sie haben es gehört, und wir sind zu Gast in dem Apfeldorf am Bodensee. Hier gibt es auch den längsten Schiffsanlegesteg am Schweizer Ufer, mehr dazu in den nächsten beiden Stunden. Ja, und was wir an musikalischen Gästen haben, ja, das war ich toll. Eine tolle Auswahl an Top-Formationen, mit dabei sind die Fidelischen Waben aus Deutschland, ich habe es schon gesehen. Fidel sind sie und musikalisch eröffnen dieses Hafenkonzept aus dem schönen Altnau, das Schweizer Röhrle Quartett. Sieg Lowe Gierle mit dem Vox zum Motor-Sagen-Spiel. Sarah Jane ist zu Gast, Sie senden uns Ihren Hint einmal hin, einmal her. Und hier ist die Blaska-Pelle Rigi Spatzen bereit und die Leitung von Feli Rittenbacher mit dem Marsch Abel Tasman. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020